So, damit wären wir bei dem ersten Anime-Film, den ich hier im Rahmen dieses kleinen Formats vorstellen werde. Es wird hoffentlich nicht der letzte sein, demnächst kommt noch einer, auf den freue ich mich sogar noch etwas mehr, aber zuvor freue ich mich auf A Silent Voice. Den habe ich im letzten Jahr gesehen und der hat mich doch echt beeindruckt. Ich war am Anfang etwas skeptisch und dann am Ende hat er mich doch echt gekriegt, aber dazu später mehr. In diesem Film von Naoko Yamada, ich habe die japanischen Namen leider nicht ganz so parat, dementsprechend muss ich es hier ein paar Mal ablesen, In diesem Film von Naoko Yamada geht es um einen Grundschüler namens Shoya Ishida. Der ist so ein kleinerer Baukehör, aber auch so ein kleiner Klassenliebling, der mit seinen Freunden das Leben, das sorglose Leben eines Grundschülers an seiner Schule genießt und allerlei Schabernack treibt, aber auch halt wie gesagt jede Menge Spaß am Dasein eines kleinen Jungen hat. Das soll sich ändern, denn eines Tages kommt die gehörlose Shoko Nishimiya zu ihm in die Klasse und Shoya findet plötzlich und aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen gefallen daran, das arme Mädchen zu mobben und zerstört regelmäßig ihre Hörgeräte und drangsaliert sie und macht sie eigentlich rund, wo er nur kann. Und das hat zwei Dinge zufolge. Zum einen verlässt Shoko die Schule. Und zum anderen, naja, stellt sich die gesamte Klasse gegen Shoya und stellt ihn plötzlich als Mobber dar und als Fiesling und möchte nichts mehr mit ihm zu tun haben, obwohl doch nicht nur Shoya an der ganzen Mobbingaktion beteiligt war. Jahre später treffen wir dann Shoya wieder, schon als etwas erwachseneren Mann, der von ziemlich vielen Schuldgefühlen geplagt ist und der jetzt den Entschluss fasst, mit seiner Vergangenheit endgültig abzuschließen und Shoko an ihrer neuen Schule oder beziehungsweise dort, wo sie jetzt gerade lebt, aufzusuchen, um sich zu entschuldigen. Und was daraus entsteht und was daraus passiert oder was dadurch passiert und welche weitreichenden Folgen es hat, ja, davon erzählt The Silent Voice. Irgendwie fühlt es sich fast so an, als wären wir Freunde. Ab morgen werde ich allen Leuten richtig in ihre Gesichter sehen. Ab morgen mache ich alles richtig. Shoko! Shoko! Gleich vorweg, ich bin nicht der größte Anime-Experte. Ja, weiß Gott nicht. Da gibt es einen Kollegen namens Notaku, der ist so viel bewanderter und schlauer und cleverer und, ja, einfach wissender als ich in diesem Thema. Ja, da möchte ich mich gar nicht mit messen. Und ich werte, da draußen gibt es auch genug Leute, die einfach deutlich mehr Ahnung haben als ich von dem Thema. Ich habe halt Animes schon sehr, sehr früh geguckt, als ich noch klein war, was halt hier nach Europa geschwappt ist, so Captain Future, Captain Harlock und so weiter und so fort. Und bin dann irgendwann über so umstrittene Filme wie Uru Tsuki Doji, Ninja Scroll, Goal Goal 13 oder Vampire Hunter D oder Fist of the North Star mit dem englischen Label Manga Entertainment in Berührung gekommen und habe halt ziemlich viele Filme von diesem Label gesehen. Und das war dann so mein Einstieg in die Manga-Welt. Natürlich Akira vorher noch, weit vorher noch oder auch Ghost in the Shell dann und Project Echo oder Wings of Horniamis und so. Das habe ich halt alles früher geguckt und habe ich gern geguckt, habe mich auch dann für gewisse Sachen interessiert. Aber ich bin jetzt wirklich, was so aktuelle Serien und Filme angeht, da bin ich kein großer Experte. Ja, und auch so, ich könnte jetzt auch nicht wirklich sagen, welche Serien unbedingt ins schonen Genre fallen oder zu einem anderen Genre gehören und so weiter und so fort. Also bitte, zieht mir diesen Punkt ab, wenn es hier um diese Besprechung geht. Ich bin kein wirklicher Experte. Dementsprechend wusste ich auch nicht, dass A Silent Voice auf einem Manga-Comic basiert. Der ist von einem Mann namens Yoshitoki Oima. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ja, ich wusste es nicht. Dementsprechend bin ich relativ blank an die Sache rangegangen und muss sagen, A Silent Voice macht es seinem Zuschauer nicht unbedingt einfach, denn er springt schon mal in den Zeiten wild hin und her und ist auch hier und da in gewissen Phasen sehr fragmentarisch. Da sieht man Bilder und kurze, sage ich mal, Rückblenden oder Szenen. Die kann man nicht so genau einordnen. Da weiß man nicht sofort, spielt das im Hier und Jetzt oder ist das jetzt irgendwie eine Szene aus der Vergangenheit. Natürlich kann man es anhand der, sage ich mal, unterschiedlichen Altersklassen, die im Film gezeigt werden von den einzelnen Figuren, kann man es natürlich feststellen. Aber auch in der Gegenwart springt der Film mal hier und da vor und zurück und offenbart erst im, sage ich mal, letzten Drittel einige Zusammenhänge und Klarheiten. Und dementsprechend kann ich verstehen, wenn dieser Film nicht von vornherein auf viel Gegenliebe stößt, beziehungsweise auf ultimative Gegenliebe. Ich musste mich auch ein bisschen in diesen Film reinfühlen, ja, eben weil er halt teilweise so fragmentarisch erzählt ist. Aber wenn man sich schon mit den modernen, moderneren Animes auseinandergesetzt hat, dann, ja, kennt man diese Art und Weise der Erzählung japanischer Animes vielleicht ein wenig und wird sich daran auch nicht wirklich stören. Und, naja, natürlich ist dieser Film natürlich vor allem für Anime-Fans interessant. Aber nichtsdestotrotz möchte ich Ihnen auch, ja, Menschen empfehlen, die halt bisher nicht so mit Animes in Berührung gekommen sind. Denn dieser Film schildert doch auf sehr, meiner Ansicht nach, für seine 120 Minuten Lauflänge, auf sehr sorgfältige und komplexe Art und Weise seine Themen. Ja, also nicht jede Figur ist wirklich das, was sie auf Anhieb scheint, beziehungsweise wo die Figuren am Anfang vielleicht noch unsympathisch wirken, offenbaren sich im Laufe des Films immer mehr Facetten, anhand derer man wirklich verstehen kann, warum einige Figuren gehandelt haben, wie sie gehandelt haben. Und das fand ich schon wieder doch erstaunlich, ja, aber vor allem fand ich halt erstaunlich, wie die Regisseurin Naoko Yamada versucht hat, so ein bisschen die Welt von Shouja, nachdem er nun, ja, als Mobber ausgegrenzt wurde und, ja, was halt diese Ausgrenzung mit ihm dann halt letztendlich angestellt hat. Und wie Naoko Yamada versucht halt, diese Welt, sag ich mal, auch optisch oder aus dem Blick von Shouja einzufangen. Und das fand ich wirklich sehr interessant, denn Shouja hat ein Problem damit, Menschen ins Gesicht zu schauen, weil er sich halt so sehr schämt für seine Vergangenheit. Und das versucht die Regisseurin immer wieder dadurch zu verdeutlichen, dass man immer nur Füße oder irgendwie die unteren Körperregionen eines Menschen sieht, weil Shouja sich, wie gesagt, nicht traut, ins Gesicht seiner Mitmenschen zu schauen. Und darüber hinaus, wenn er dann ins Gesicht seiner Mitmenschen schaut, dann ist jedes Gesicht ausgeixst. Also es hat ein riesengroßes X über der Visage und das wirkt am Anfang etwas befremdlich, ja, das wirkt vielleicht wie so ein eher quatschiger Anime, so ein bisschen albernere Geschichten. Aber das hat schon alles Methode, denn diese Kreuze oder Xe, die blättern dann im Laufe des Films ab, je mehr sich Shouja einem Menschen gegenüber öffnet und je mehr er auch, naja, sag ich mal, Menschen auf sich oder an sich rankommen lässt. Und das fand ich wirklich schön gemacht und auch gerade, wie gesagt, diese schüchternden Perspektiven, die Naoko Yamada immer wieder in diesem Film irgendwie einfließen lässt. Darüber hinaus, ja, muss man auch sagen, so sehr Schoko am Anfang noch wie das Opfer wirkt, so sehr bemüht sich auch Naoko Yamada darum, auch mal so ein paar kritische Töne anklingen zu lassen. Fand ich auch gut, ja, und dann wie diese einzelnen Figuren, die hier im Laufe des Films zueinander finden, ja, zu Freunden werden und wie halt auch dann Shouja letztendlich, sag ich mal, mit seiner Situation umgeht und welche Erkenntnisse er gewinnt, das hat mich schon berührt. Also ich habe am Ende echt ein paar Tränen verdrückt, weil das fand ich sehr, sehr rührend, wie Shouja zurück, sag ich mal, in eine normale Realität findet, so, und sich von seiner Schwermut und von seiner Schuld befreien kann. Also, das hat mir echt gut gefallen. Ich bin so sorry. Bitte nicht. Ja, sehr von Feinheiten geprägten Anime-Zeichnungen und tausend Details und dann noch ein bisschen knalliger und ja, auch von den Konturen und Kanten her etwas straffer, mehr Schattierung und so, das gefällt mir etwas besser. Aber nichtsdestotrotz, auch A Silent Voice ist ein schöner Film. Ich würde jetzt im direkten Vergleich mit dem anderen großen Anime-Film, der mich im Jahr zuvor begeistert hatte, Your Name, würde ich vielleicht sagen, dass Your Name ein bisschen mehr meinem Geschmack entspricht und noch ein bisschen hübscher aussieht. Aber das muss jeder für sich entscheiden. Also von mir gibt es auf jeden Fall keine wirklichen Beschwerden. Es ist halt einfach nicht unbedingt mein Stil, aber das soll nicht zur Sache tun. Ich fand das alles sehr ansprechend umgesetzt. Auch musikalisch, es gibt ja hier und da bei japanischen Anime-Filmen immer wieder so ein paar Schmier-Metal-Tracks aus der Hölle oder ein paar richtig, richtig kitschige Popsongs. Das fand ich, hat sich hier auch in Grenzen gehalten. Im Gegenteil, es gibt einen sehr schönen Score, der mir auch nach dem Film noch echt in Gehör geblieben ist. Es ist dementsprechend auch hier Pluspunkte für Silent Voice. Und alles in allem muss ich sagen, ist es ein für mich sehr gelungener Film gewesen über diese eben doch schwierigen Themen, die er behandelt. Ich weiß aber auch, es gibt schon ein wenig Kritikpunkte, die kann ich aber nicht so wirklich anbringen, denn ich kenne die Vorlage nicht. Ich weiß, in der Vorlage spielt unter anderem ein großes Filmfestival eine Rolle oder läuft alles auf ein Filmfestival hinaus, was halt auch nochmal deutlich mehr Facetten den einzelnen Figuren zukommen lässt und wodurch halt einzelne Figuren viel mehr Tief erlangen. Das wurde wohl schon sehr stark eingekürzt und es gibt hier auch in dem Film nicht unbedingt immer eine Erklärung, warum manche Menschen aufeinander zugehen und nun Freunde sein möchten und so weiter und so fort. Das alles kann ich nicht beurteilen. Ich habe die Vorlage nicht gesehen. Für mich hat dieser Film trotzdem funktioniert und ich hoffe, obwohl man die Vorlage kennt, weiß man auch diesen Film zu schätzen. Denn ich finde und ich glaube, dass die Gefühle, die hier irgendwie transportiert werden sollten, dass die auch transportiert wurden. Dementsprechend also von meiner Seite aus einer der besten Anime-Filme, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Your Name ist noch ein Stück höher, aber auf den komme ich hoffentlich demnächst zu sprechen, wenn er dann hier in Deutschland released wird. Und ansonsten, ja, einer der besten Trickfilme, die ich auf jeden Fall im letzten Jahr gesehen habe. Fand ich sogar, ich muss es ehrlich sagen, ein Tick besser als Coco. Vermutlich aber auch, weil halt einfach hier diese Themen angesprochen werden, die ja jetzt nicht so wirklich die allerüblichsten Themen sind in Pixar-Filmen. Aber sei es drum. Als Silent Voice, schöner Anime, auch für Leute, die sich vielleicht nicht so sehr mit Animes bisher auseinandergesetzt haben, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Er trägt viel Herz am rechten Fleck und beinhaltet auch ein paar richtig schöne, interessant verpackte Themen. So, irgendetwas an diesem Bild, das ihr jetzt gerade seht, stimmt nicht, beziehungsweise ist anders als an den Bildern zuvor. Ich bin mal gespannt, wer von euch den Fehler oder den Unterschied findet. Ansonsten kann ich sagen, rein optisch habe ich auf der Blu-ray zu Silent Voice keine großartigen Fehler gefunden. Also das Bild läuft hier sehr flüssig und sehr geschmeidig ab, also auch die Animationen. Und ich muss auch sagen, dass das Ganze ja eine Mischung aus CGI, also digital animierten Bildern und halt gezeichneten Bildern ist. Und ich finde auch hier lässt sich eigentlich kein großer Unterschied zwischen den einzelnen verschiedenen Zeichentechniken, sage ich jetzt mal, wahrnehmen. Also ich finde, die fügen sich eigentlich ganz harmonisch ineinander oder zusammen. Und darüber hinaus, ja, bei den Farben muss ich sagen, hatte ich so ein bisschen den Eindruck, dass die alle etwas heller wirken, als sie eigentlich sind. Und beziehungsweise war mein Eindruck, dass jede Farbe, die hier gezeigt wird, ist in Natur vielleicht etwas dunkler. Also ich fand es ein bisschen hell. Aber das kann natürlich auch wirklich einfach ein stilistisches Mittel sein, das man hier bewusst eingesetzt hat. Aber egal. Ansonsten muss ich sagen, auch wenn die Figuren sich bewegen oder so, da ruckelt nichts, da zieht nichts nach, da schliert nichts. Also das ist alles in allem ein sehr farbenfrohes, schönes, strahlendes und auch detailliertes Bild, wenn man denn bei einem Zeichentrickfilm, der auf die Art und Weise gestaltet ist, wie er gestaltet ist, denn das so sagen kann. Ja, und darüber hinaus gibt es zwei Tonspuren, zwei Dolby Digital 5.1 Tonspuren, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Die sind jetzt keine allzu große Offenbarung, aber die sind wirklich ordentlich, kann man sich nicht beschweren. Vor allem die Musik wird hier auf die Hintergrund Lautsprecher gelegt, aber auch immer dann, wenn die Gehörlosigkeit von Schoko vermittelt werden soll. Dann gibt es auch mal immer wieder ein paar schöne Effekte, ansonsten, ja, verteilt sich mal so hier und da ein bisschen etwas an Umgehungsgeräuschen auf die hinteren Lautsprecher, zum Beispiel der Fluss, an dem sie immer ihre Keukarpfen füttern und so weiter und so fort oder auch bei dem Jahrmarkt, da hört man halt schon so ein bisschen was über die hinteren Boxen. Nein, man hört halt hier und da einmal wieder was über die hinteren Boxen, aber das ist jetzt wirklich nicht, ja, die oberste Liga in Sachen Tonspuren oder Akustik. Und dann gibt es noch ein paar Extras, die sind eigentlich ganz okay. Es gibt unter anderem ein Poster im Inneren des Pappschubes, in den die Blu-ray hier eingepackt ist und es gibt noch ein paar oder zwei Postkarten. Und darüber hinaus gibt es ein kurzes Featurette zu den echten Orten, die als Inspiration für die Orte hier im Film verwendet wurden. Da zeigt man quasi die Zeichentrickbilder im Vergleich zu den Realbildern. Das ist nicht wirklich sehr lang, aber das ist mal ganz interessant. Es gibt zwei Musikvideos für die einen oder anderen Anime-Fans, ist sowas ja immer ganz interessant beziehungsweise schön. Und es gibt, ich glaube, vier Interviews insgesamt, unter anderem mit der Regisseurin, die von ihrem emotionalen Kampf oder ihrem, sag ich mal, emotionalen Zwiespalt berichtet, den sie hatte bei der Adaption, was sie halt weglässt und was sie nicht weglässt und was sie zeigen möchte und wie sie der Vorlage gerecht werden möchte. Das ist eigentlich sehr sympathisch. Dann gibt es ein Making-of, nee Quatsch, ein Making-of, ein Interview mit dem Charakter-Designer, und ich muss den Namen leider vorlesen, Futoshi Nishiya, der erzählt, wie er halt die Figuren angelegt hat und warum Shouya so aussieht, wie er aussieht und so weiter und so fort. Es gibt ein Interview mit dem Art-Director, mit Mutsu Shinohara, der erzählt dann halt auch nochmal, wie das wirkliche Tokio oder die wirklichen Locations ihn für seine Zeichnung inspiriert haben und weist noch auf so die Gemeinsamkeiten und Besonderheiten hin. Und dann gibt es noch ein Interview mit dem Komponisten, dem Soundtrack-Komponisten, Kenzuke Ushio. Und der erklärt halt auch nochmal, wie wichtig es ihm war, die Emotionalität auch in Sachen Soundtrack rüberzubringen bzw. den Wünschen seiner Regisseurin gerecht zu werden. Ja, und das ist alles in allem jetzt nicht das umfangreichste Bonusmaterial, aber ich finde, das geht noch okay. Vor allem der Film ist hier halt wirklich das, was für den Kauf an der Blu-ray oder der Blu-ray zu A Silent Voice spricht. Und die Extras sind eine nette Reingabe. Aber rein technisch kann man der Blu-ray auf jeden Fall keinen großen Vorwurf machen. Und dementsprechend möchte ich alles in allem eine kleine Empfehlung aussprechen. Für Anime-Fans wäre das wahrscheinlich sowieso eine sichere Bank, bzw. haben sie sich das Filmchen ohnehin schon auf den Zettel gesetzt. Und ansonsten auch für diejenigen, wie gesagt, wie bereits mehrfach gesagt, die bisher noch nicht so viele Berührungspunkte mit Animes hatten oder generell etwas abgeschreckt sind von Cyberpunk und den ganzen Girlie-Power-Geschichten oder irgendwelchen Fantasiewesen oder Dragon Ball, Digimon, Pokémon und wie sie alle heißen. Nein, das ist wirklich ein Zeichentrickfilm für Erwachsene, den man sich wirklich ganz problemlos anschauen kann. Man muss vielleicht ein bisschen durch die Handlung steigen, ein bisschen die Erzählstruktur annehmen. Aber dann kann man sich wirklich hier von ein paar schönen, gefühlvollen und auch nachdenklichen Momenten beeindrucken lassen.